Fragen zum Abfall? Die Graz Abfall-App hat die Antwort. Wie trenne ich richtig? Was gehört in welche Tonne? Wann kommt die Müllabfuhr? Diese und viele weitere Fragen beantwortet die Graz Abfall-App. So einfach funktioniert Graz Abfall. App auf das Smartphone laden, Straße und Hausnummer eingeben und Abfuhrtermine sofort aufs Handy erhalten. Die Graz Abfall-App, jetzt kostenfrei herunterladen, im App Store oder auf Google Play. Die Graz Abfall-App